Was geben Sie denn am Tag für Zigaretten aus? Weiß ich nicht. Muss ich erst nachrechnen. Zwei oder drei Schachteln? Nö, zwei maximal. Es sind schon zwei jetzt während des Gesprächs. Der Tag ist noch nicht um. Nö, der eine war halb leer. Und die andere ist auch noch voll.